Wann benutzt man eigentlich Deo? Hi, ich bin Sarah, deine Online-Große Schwester und auf diesem Account erkläre ich dir alles rund ums Erwachsenwerden, was dir eigentlich deine Mutter oder deine Große Schwester erklären sollte. Wann benutzt man aber wirklich Deo? Punkt Nummer 1. Schwitzen ist ganz normal. Genau in diesen Phasen kann dann Deo helfen, um den Schweißgeruch zu überdecken. Das kannst du zum Beispiel morgens, bevor du aus dem Haus gehst, drauf machen. Oder nachdem du dich abgeduscht hast, Deo drauf machen. Oder zum Beispiel beim Sport, in der Schule oder bei deinem Hobby. Vor dem Sport oder nach dem Sport drauf machen. Aber merke dir, Deo ersetzt keine Dusche. Wenn du zum Beispiel Sport gemacht hast oder wenn du allgemein einfach viel geschwitzt hast und stinkst, dann geh duschen. Merk dir also, Deo kannst du in allen Situationen benutzen, um kurz deinen Geruch zu verbessern. Es ersetzt aber keine Dusche und wird dich niemals so frisch riechen lassen wie eine frische Dusche. Wenn du weitere Fragen zum Thema Erwachsenwerden hast, dann folg mir doch gerne. Und bis dahin, deine Online-Große Schwester Sarah.